Musik Liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen heute zusammengefasst das epochemachende Ereignis im saarländischen Sport. Der alte Präsident des Sportverbandes des Saarlandes geht und erneu wird gewählt. In diesen repräsentativen und wunderbar ausgebauten Sportanlagen bei Saarbrücken an der Universität. Und hier wird Ihnen und uns, den Sportlern des Saarlandes, die Halle geöffnet zu einer Zeitenwende. Etwas schneller, sonst kommt der saarländische Sport in Verruf. Hallo. Und das auf der Tartanbahn, so langsam. Gerade auch, weil dunkle Wolken dem Sport drohen, heißt es nun zusammenzuhalten und an der Spitze neue Kräfte wählen. Da wollen wir vom modernen Fünfkampf mithelfen. Ja, liebe Zuschauer, heute kann ich Sie einladen ins Saarland zum saarländischen Sport. Heute ist großes Ereignis im saarländischen Sport. Wir betreiben ja Sport mit dem modernen Fünfkampf im Saarland. Heute wird der Präsident des Landessportverbandes des Saarlandes verabschiedet und es wird ein neuer Präsident gewählt. Die ganze Sportfamilie, alle Präsidenten aller Sportarten mit Delegierten und so weiter und so weiter aus dem ganzen Saarland treffen sich hier in der guten Stube in der Landessportschule in der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und es macht uns viel Spaß dabei zu sein und wir laden Sie natürlich ein, zunächst einmal mitzumachen bei uns bei der Sportart, aber auch bei dieser Möglichkeit von Bürgern für Bürger darüber zu berichten. Also, wir gehen mit rein. Gehen Sie mit! In der neuen Multifunktionshalle hat sich schon die große Sportfamilie des Saarlandes versammelt. Alle Sportverbände haben Delegierte entsandt und es ist ein Treffen wie einer großen Familie. So hat Gerd Mayer auch seinen Landessportverband für das Saarland geführt. Am Fuß der Treppe empfängt er jeden mit Handschlag und grüßt, wird begrüßt. Man bedankt sich. Vielen Dank. Wir wissen was wir hier haben. Ich grüße besonders herzlich meine Freunde vom modernen Fünfkampf und wünsche weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt hallo. Jawohl. Während die offiziellen Fernsehanstalten manches uns vorsetzen, was uns gar nicht so interessiert, können wir selbst unsere Aufnahmen gestalten und zeigen, wie sich diese grandiose Halle langsam aber sicher füllt zu einem besonderen Ereignis, zur außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Der alte Präsident Gerd Mayer wird verabschiedet und der neue Präsident gewählt. Vielleicht zeigen diese Aufnahmen auch, dass der Sport selbst seine eigenen Fernsehaufnahmen machen kann und sich besser auch die große und kleine Nahosportfamilie darstellen kann, Schwerpunkte setzen kann von Sportfachleuten, von eigenen Sportvereinen, ja von kleinen Kindertrainingsstunden, die dann ankommen. Dann lassen wir es als Beispiel dienen und widmen wir uns jetzt ganz Gerd Mayer und seinen Freunden, insbesondere dem Goldmedaillengewinner Jan Frodeno vom Triathlon. Sie waren doch erst in Hawaii beim Ironman. Was treiben Sie jetzt hier? Ich bin soeben aus dem Flieger gestiegen und leider auch noch leichte Schmerzen beim Treppen gehen, aber für einen ganz großen des Sports, den Gerd Mayer, kann man schon mal nach Hause kommen. Die Deutschen waren ja erfolgreich bei diesen Triathlon. In der Tat, ja. Ein erster, dritter und sechster Platz. Ja, in Deutschland spricht man Triathlon. Und Triathlon im Saarland ganz besonders. Auch für Sie? Ja, wir sind der Bundesstützpunkt und wir sind hier immer sehr, sehr gut gefördert worden und sehr, sehr herzlich empfangen worden. Und ja, dementsprechend, die Sportstätten sprechen für sich. Wir freuen uns, hier zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Liebe, liebe Sportlerinnen und Sportler, heute ist ein besonderer Tag für den Saarsport. Wir wählen einen neuen Präsidenten. Ich darf euch, die Dirigierten und unsere Gäste zur außerordentlichen Mitgliederversammlung hier in unserer wunderschönen Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir haben zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, weil ich nach 36 Jahren Ebenämtern im Sport auf Landesebene, davon 14 Jahre als Ringerpräsident, 5 Jahre als Vizepräsident und über 12 Jahre als NSHS-Präsident, dieses Amt abgeben. 280 Delegierte werden einen neuen Präsidenten beten. Ich begrüße euch alle sehr herzlich und ich danke euch, den gemähten Repräsentanten unserer Vereinigten Verbände, für euer vorbildliches Engagement für den Saarsport. Herzlichen Dank. Feststellung der Beschlussregeligkeit. Zur Mitgliederversammlung des Landes Sportverbandes für das Saarland sind von 271 möglichen Delegierten der Parkverbände und korporativen Mitgliedern heute 253 Delegierte erschienen. Das sind deutlich über 90 Prozent. Ich freue mich, dass wir noch. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Gruß, Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Gerd, heute ist ein besonderer Tag, ein besonderer Anlass und es tut mir sehr leid, dass ich mich persönlich und leid dabei sein darf. Lieber Gerd, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute und ich sage dir von ganz, ganzem Herzen im Namen der Landesregierung, im Namen des gesamten Saarlandes, aber vor allem auch ganz persönlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Du hast unglaublich viel für das Land, für den Sport, für die Menschen geleistet. Du hast ein gut bestelltes Haus unterlassen, du hast deine Nachfolge in gute Hände gelegt und insofern bin ich mir ganz sicher, du wirst jetzt vielleicht schon in einer etwas zurückbezogenen Position, aber genauso leidenschaftlich dem Sport im Saarland verbunden bleiben. In diesem Sinne, lieber Gerd, nochmals ein herzliches Dankeschön, alles Gute für die Zukunft und das mit einem Gruß, der dir besonders am Herzen lebt. Glück auf! Nicht nur die saarländische Ministerpräsidentin, sondern die höchsten Sportfunktionäre Deutschlands und die Vertreter der Verbände des Saarlandes zeigen ihm stehend ihre Anerkennung und Verbundenheit. Ich darf fragen, gibt es weitere Vorschläge für das Amt des Präsidenten des NSVS? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich auf die Satzung verweisen, was die Wahlen angeht, zur offenen Abstimmung kommen. Und wer für die Wahl von Klaus Meiser als Präsident des Landes Sportverbandes ist, sind will ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Damit ist Klaus Meiser einstimmig zum Präsidenten des Landes Sportverbandes gewählt. Lieber Klaus, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an, bedanke mich. Und ich lasse mich an, bedanke mich. Klaus Meiser ganz herzlich gratuliere und ihm für seine Arbeit. Alles Gute, viel Erfolg und eine glückliche Hand wünschen. Präsidenten des Landes Sportverbandes, Herrn Gerd Mayer, der außerordentliche Mitgliederversammlung am 16. Oktober 2014, zur Wahl als Ehrenpräsident gemäß § 16 Ersatzung vorzuschlagen. Dankeschön, Gegenprobe, Enthaltungen, herzlichen Glückwunsch. Applaus Ich bin überwältigt, ich will nur noch auf den Weißen. Jetzt geht es nur noch um die Heide sprechen. Dankeschön. Applaus So, liebe Freundinnen und Freunde des Sports, wir kommen dann zu Punkt 11 der Tagesordnung, Anträge. Das ist natürlich zu Punkt Verschiebenes. Da habe ich mich als neuer Präsident schon am ersten Tag verliebt machen. Und ich lade Sie alle ganz herzlich zur Umbrung und einer kleinen Impis zu Ihren von Gerd Mayer ein. Vielen Dank. Applaus Ja, die große Sportfamilie des Saarlandes hat sich einem neuen Präsidenten gewählt. Aber der Abschied vom alten Präsidenten fällt noch schwer. Auch wir wollen ihm Danke sagen, dann bei einem kühlen Bier. So, jetzt dürfen Sie. Ja, und da nimmt Gerd Mayer auch Stillabschied aus der Modi-Funktionshalle. Aber Sie werden es sehen. Ganz kann er sich nicht lösen. Die Enkelin versucht vergeblich, den Opa mitzuziehen. Es klappt nicht. Er bleibt bei seinen Freunden. Opa, wir sind da hinten. Das stimmt. Gib dem Opa gleich gleich. Und auf den im Himmel. Ich konnte eigentlich nicht wissen, dass das noch nicht zustande kommt.